Warum zeigen Ihnen all die anderen Autohersteller Ihre Autos nur bei Sonnenschein? Weil sie dann schöner aussehen? Vielleicht. Und warum zeigen wir Ihnen dann den Escort bei diesem Sauwetter? Ganz einfach. Weil es in Deutschland nun mal 121 Tage im Jahr regnet. Und der Ford Escort serienmäßig ABS hat. Ford, die tun was. Komm zu uns, komm raus aufs Land. Was haben wir denn da Leckeres entdeckt? Großmutters Schokugeheimnis und Großmutters Vanillegeheimnis. So sahnig, lecker und leicht mit Schuss. Schmeckt zum Dessert oder pur? Am besten. Danke Großmutter. Knackiger Spaß im Glas und ganz neu von Behrensen. Holprige Straßen, scharfe Kurven. Ob die Räder auf solchen Strecken guten Bodenkontakt halten, hängt von den Stoßdämpfern ab. Bei abgenutzten Stoßdämpfern verliert das Rad den Kontakt zur Straße. Mit den neuen Monroe Sensor-Truck-Stoßdämpfern haftet das Rad. Und selbst härteste Strecken werden sicher gemeistert. Monroe Stoßdämpfer. Und die Fahrt ist sicherer. Stoßdämpfer sollten alle 20.000 Kilometer überprüft werden. Rufen Sie uns an. Wir sagen Ihnen wo. Große Popstars wie Phil Collins, Tina Turner und Elton John. In einer einmaligen Kombination mit klassischen Meisterwerken von Mozart, Strauss, Offenbach und Chopin. Jetzt auf einer Doppel-CD. The very best of Pop and Classic. Das Feuerwerk der Emotionen. Ab sofort im Handel. Jetzt Odolmed 3 antibakteriell. Auch wenn Sie gründlich Zähne putzen, können an Problemstellen Bakterien zurückbleiben. Zahnbelag, Parodontose und Karies sind die Folgen. Odolmed 3 wirkt antibakteriell und bekämpft Bakterien dort, wo sie am gefährlichsten sind. Odolmed 3 Mundspülung wirkt antibakteriell. Liebe Nina, willkommen im Leben. Du gehst jetzt deinen eigenen Weg. Eben noch ein kleines Mädchen. Und plötzlich so erwachsen. Pass auf dich auf. In Gedanken sind wir bei dir. Hallo Papa. Willkommen im Leben, Eurocard. Oft sitze ich im Auto und denke, Mensch, den wollte es ja noch anrufen. Und dann mache ich es einfach. Sie glauben ja gar nicht, wie viel Arbeit man im Auto erledigen kann. Und die Kosten? Meine Frau hat es verglichen. Da können Sie ganz sicher sein, dass die günstig sind. C-Tel, das Autotelefon. Wollen Sie es den Großen zeigen? Folgen Sie mir. C2N präsentiert den neuen Saxo mit verstärkter Fahrgastzettel. Sicherer Straßenlag in unsicheren Kurven. Progressiven Flankenschutz. Mit Sicherheit. Für den, der fährt und den daneben. Und einer grandiosen Schallisolierung. Der neue Citroën Saxo. Einer, der es den Großen zeigt. Citroën. Mehr als Sie erwarten. Sat.1 präsentiert. Maffei Live 96. Die große Deutschland-Tournee. Ab August Open Air. Ab November in den Hallen. Infos und Tickets unter 0190 24 11 23. Im Internet und an allen Vorverkaufsstellen. Maffei Live 96. Sat.1 ist dabei. Er spielt sich als Mr. Saubermann auf und löst Probleme auf seine Art. Wenn Sie mich in die Sache reinziehen, Les, dann sind Sie als Anwältin gestorben. Mal sehen, wie Charlie damit fertig wird. Charlie Grace. Sonntag, 18 Uhr in Sat.1. Nico, ich hab ja nicht die Absicht, mich zu beklagen, aber... Du lässt Jax Einbrüche begehen und lässt mich, Gott weiß, was für Dinge tun. Doch eins sag ich dir, im Knast will ich nicht in dieselbe Zelle mit dir. Jax, dir wird schon was einfallen. Vielleicht kriegst du was aus ihm raus. Aber sei lieb. Sicher. Wenn ich du wäre, würde ich mir anhören, was dieser Mann zu sagen hat. Er weiß, was am besten für dich ist. Sie würden mich doch nicht benühen. Nein.